Ich glaube, der 7-1 spielt vielleicht in Brasilien eine viel größere Rolle als hier bei uns in Deutschland. Es ging ja ziemlich schnell in der ersten Halbzeit und man hat das nicht so richtig glauben können erstmal, auch wir selber. In der Halbzeit haben wir halt gesagt, dass wir das Spiel natürlich weiter konzentriert zu Ende spielen wollen. Das war's für heute.